Ich mache beim Autorgen mit, weil es egal ist, wie das Wetter ist, was auf der Wiese liegt, wie man gestochen wird von den Mücken. Es macht so viel Spaß, dass man einfach dabei sein muss. Die Stimmung beim Training ist prinzipiell super. Ich bin seit über einem Jahr beim Autorgym und es macht mir so viel Spaß, weil wir immer trainieren und das heißt bei Wind und Wetter. Man ist an der frischen Luft, ich bin ständig nass geschwitzt, da ich eigentlich sehr unsportlich bin, ist das ganz neu, aber es macht keinen Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gerne Sport mache. Ich trainiere zwar auch im Fitnessstudio, aber Training in der Gruppe motiviert mehr, mehr Muskelkater. Toller Erfolg! Für mich hat sich durch das Training einiges verändert. Man spürt Muskeln, man spürt seinen Körper anders als vorher. Man geht irgendwie auch bewusster durch den Tag, man ist auch fitter, manchmal sogar besser gelaunt, also das ist eigentlich so, wie man sich das wünschen kann. Mein Bewusstsein hat sich insofern verändert, dass man durch das Training auch andere Sachen eher aufnimmt, also sprich, was man isst, wie man sich bewegt, wie man sitzt, also das geht so irgendwie auch irgendwann in den Alltag über, dass man bestimmte Sachen einfließen lässt. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Danke. Danke.